Hä, was ist das denn für eine Map? Ich muss immer noch die SCP-Story schreiben. Was musst du? Was ist das denn für eine komische... Hey, egal wo ich lang gehe, ich muss einfach falsch machen. Aua! Ja, ich hab so viele Ideen für eine SCP-Story, wo halt alles irgendwie miteinander connected ist, aber... Strom macht einem Aua. Ähm, als Inspiration rate ich dir die Geschichte weg Containment. Hey, hier gibt's eine Fairbedienung. Vorsicht, da ist Strom, dass man Aua. Wo ist Strom? Da, rechts. Hier, da. Hier rein. Hilfe, wie komm ich hier runter? Kann ich den Fernse... Passiert, ob das Schaden macht? Da, guck. Das macht Schaden. Warum willst du mir Schaden machen? Macht ja gar keinen Schaden, der Strom macht dir Schaden. Er trinkt mich grad in die Stromleiter, weil er auf ne Scheiße geht. Alles klar. Hilfe, ich weiß nicht, wie ich hier runterkomme. Wie sieht das Kissen hier aus? Hier ist ne Katze. Hier ist ne Katze. Oh Gott. Irgendwas ist da runtergefallen. Irgendwer ist neben mir gerade runtergefallen. Ja, ich bin runtergefallen. Sehr auffällig von dir. Ja, ich bin runtergefallen. Irgendwo hier ist wer gelandet. Hä, aber wieso bist du denn da oben? Wenn du runtergefallen bist. Ja, ich bin grad von da hinten auf das Bredsor gefallen. Äh, Rayon hat gerade... Das war keine Absicht. Ich dachte, da stirbt man nicht. Ich bin's nicht! Ich bin's nicht! Ich bin's nicht! Nein! Ich vertraue mir! Ich werfe alle meine Waffen hin. Ich bin fast froh. Fakt kann. Siegel. Disco. Rayon is so safe call. Nein! Nein! Ja, du hast ihn grad einfach runtergeschubst. Das war keine Absicht. Ich dachte, da stirbt man nicht. Ja, als ob. Ich konfirm mal schnell seine Leiche. Ich versteck mich einfach. Dann zieht mich jemand. Ich glaub, der Sinn am Verstecken. Chris, ich bin's nicht. Wenn du auf mich ballerst, schieß ich, ne? Aha. Chris, ich sag's dir. Ich bin kein Traitor. Du musst mir vertrauen. All die Äonen von GTA-Streams. Hier soll ich vertrauen, Rayon. Ja. Ich bin fast tot. Ich hab nur noch drei Leben. Kannst du dich an die Äonen an... Was? Folge mir! Wir machen jetzt den Test. Folge mir! Wow! Oh, Rayon, folge mir! Oh, Rayon, folge mir! Rayon, folge mir! Ah, ich fall runter! Du warst Traitor! Und ich hab O3 ja wiederbelebt. Ist so gut! Ich hab dich nämlich wiederbelebt und da warst du einfach irgendwie versteinert, bist du da gestanden. Als wärst du AFK. Ja, ich dachte, warum bewegt sich die Person nicht angucken? Du bist ein Fake-Card, du bist nicht meine Mutti. Bleib stehen. Ich hab das überhaupt nicht gecheckt, vor allen Dingen hab ich den auch nicht, dadurch auch nicht gesehen, wer mich hört. Äh, Späti, du bist der einzige, der noch kein Pony ist, ne? Ja. Ich weiß aber auch. Ich weiß nicht, wie ich in die Auswahl bekomme, Alter. Äh, darf man hier runter? Scheiße! Dass nichts flackert. Ist Rayon grad runtergefallen? Nein. Ja, hat sich so angehört. Ne, du schubst mich jetzt nicht runter. Du wolltest mich grad runterschubsen. Nein, ich nicht. Doch, wolltest du. Würde er doch nie machen. Ich wurde eben auch runtergeschubst. Ja. Von dem Traitor. Nein, der war nicht Traitor. Oh. Sagst du jetzt? Ich traue dir nicht. Ich hab überhaupt keine Waffe. Oh doch, jetzt hab ich eine. Hilfe. Hilfe. Wie hier? Ah, kacke. Ich dachte mir, da geht's runter. Hm, dachte ich mir, als du das dachtest. Willst du mich runterschmeißen? Er ist es, er ist es. Okay, er war's nicht. Da drüben liegt. Du bist es. Was? Alter, du schmeißt mich da runter. Du bist innocent. Wieso schmeiß ich mich alle von Schränken runter und seid innocent? Das Pony-Virus. So geht doch nicht mit seinen Gästen um. Doch. Nein, das ist sehr unmöglich. Sam stirbt, also du bist tot, also sei leise. Bei uns ist es so, wenn man stirbt, dann ist das ne Ehe. Ah. Man tötet ja die Leute, die man mag. Ja, ja, ich fühlte dich gleich ein paar Mal öfter, wenn du möchtest. Ne, aber keinen mehr. Ich hab das Gefühl, es lebt keiner mehr. Die Map ist verpackt. Da ist ein Katzenfoto. Sag ja von mir. Rayon. Ja. Props. Props, gab's ein Foto. Props. Wenn ich jetzt einen von euch beide sehe, hab ich 50-50 Chance. Rayon, ich hab'n Prop. Warum tötet ihr euch nicht gegenseitig? Egal, ich versteck mich und der, der mir zu nahe kommt, wird einfach getötet. Dann könnt ihr euch beide erstmal töten und ich hoffe, der Innocent zieht dem Trader wenigstens ein paar HP ab. Das wäre schon tot. Ray? Wie kommt man denn ein Prop? Prop. Ihhh. Ach so. Das Radio im Schrank ist übrigens ein riesen Prop. Alter. Aber ich kann's nicht bewegen. Scheiße. Ich bin auch im Radio. Ich nehm' nie mehr den Katzenbild. Kann ich auch nicht bewegen. Was habt ihr gemacht? Ich hab' grad' dir das mal auf dich geworfen. Warum bist du runtergefallen? Ich find's lustig, dass... Wieso sind die alle Props auf der Map weg? Ja, ich denk's mir auch, okay. Ich wei' drei, vier Props. Ah, die Stifte. Im Stiftehalter sind auch Props. Die kann man bewegen, aber nur im Stiftehalter. Mann, ich hab' dich die ganze Zeit gesucht. Wo warst du denn? Hallo, geh weg! Ich war auf der anderen Seite in dem... Lass mich durch für Drehon. Ich war drin. Nein. Doch. Und ich hab' grad'n Dettiscope auf dich geworfen, weil ich dachte, vielleicht hilft das ja. Kann sich jemand vor den Schrank stellen? Ich hab' da so'n Bedürfnis. Ich dachte erst, du wärst Spezi, als du auf mich geschossen hast, ne? Nein. Spezi? Ich hatte gerade voll die Gelegenheit. Einen Klick. Und ist ja vorbei. Spezi, schießt auf mich? Alles klar. Ich hab' nichts getan. Doch, ich hab' 64... Ich hab' jetzt aber nicht geschossen. Ja, wo hab' ich da anbekommen? Hier liegt Blut! Ketchup! Ja, du hast auch auf mich geschossen, also... Ja, ich hab' die Regeln, jetzt tut mir leid. Ich hab' nicht auf dich geschossen. Du bist healthy! Du hast auch auf mich geschossen. Ja, er hat... Wer... Woher war das? Hey! Das war von der anderen Seite. Oh! Er ist schon wieder angeschossen. Von wo war das? Da drüben. Ja, okay! Ein HP! Bin gleich weg! Tschüssi! Geil, der sagt, dass ich ne Shotgun habe. Nein! Da oben! Okay, wer von euch beiden ist es jetzt? Ich freu' ich jetzt ne Shotgun. Ja, okay, es ist Dizzy. Der ist oben bei den Büchern. Ich seh... Ich seh das Pony. Ja, ich werde beschossen. Siehst du das auch? Nein, ich seh nur das Pony rumstehen. Da... Oben in der Ecke ist der. Da... Kann ich grad nicht runter gucken. Ah, kack! Keine Moni. Ich bin beim Bett unten. Pst! Da oben ist der in der Ecke. Ich weiß. Ich weiß nicht, wie man da hochkommt. Okay. Chris. Scheiße. Rayon! Wie knapp war das denn? Chris? Rayon! Ich bin der Gewissen. Ja? Chris? Ach nee, du hast ja keins. Chris? Hä, wie wolltest du durchschießen? Wow, wie schlecht war das denn am Anfang? Ich war hinter dir. Mann, ich bin schon wieder durch mich selbst gestorben. Bist du die Leiter mit hochgegangen schon, oder was? Ich war doch schon oben. Nee, ich war unten. Ach so. War dein Horn so lang? Ich bin von oben rund... Ja, okay, ich bin in der Luft gespawnt, ist der Falsche angestuht worden. Alles klar. Hä? Wo Zeile bin ich denn jetzt? Es sind ganz viele Schalter. Kontrollroom. Hä? Ich nutze mal die Gelegenheit und springe runter. Ich dachte, das ist ein Traitor-Room, wo du bist. Nee. Ich bin tot. Hä? Hä, was? Hinter dem Rollo vielleicht? Ich habe auf jeden Fall keine Waffe. Ja, doch. Doch, doch, doch. Noch eine Waffe hatten wir schon. Warte, den Raum suche ich jetzt, wo du bist. Den Raum suche ich jetzt. Das interessiert mich jetzt, wo das ist. Ich habe keine Ahnung. Ich komme hin. Den suche ich jetzt. Vielleicht durch den Lüftungsschach irgendwie? Nee, in die Richtung mal nicht. Ich habe eine AUG. Ist mir gerade sehr lieb. Ich glaube, das war irgendwo auf der Seite, wo der Fernseher ist. Vielleicht, dass man wirklich irgendwie rein kann in den Fernseher oder sowas. Ja, der Zeug hat das bestimmt. Es gibt ja bei mehreren Maps so Räume, wo man eigentlich nicht rein kann. Wo eigentlich nur Widmungen drinstehen von den Erbauern und so weiter. Da kann man drin spawnen. Ja, aber da waren auch Waffen und alles Mögliche und Zeugs drin. Nein, das ist eine Lüge. Ich schaue gerade, ob ich hier irgendwo rein kann. Hier kriege ich wahrscheinlich wieder Schaden. Ja. Sniper jetzt. Autsch. Ich finde auch das Kopfkäsen richtig geil. Ich würde Angst haben während dem Schlafen. Also, ich würde da einfach mich reinkuscheln. Man kann wirklich in den Fernseher... Ja, das ist im Fernseher drin. Man kann durch die Lautsprecher reinklettern. Wo ist der Fernseher? Hier so durch. Ja, wo ist der Fernseher? Der Fernseher steht hier am Kasten. Welchen? Da, wo er gerade runterfällt und stirbt. Geil! Oh Mann! Ist halt so komisch. Da kann man einfach reinklettern in den Fernseher. Wenn er stirbt, dann durch Fallschaden, ne? Ob gewollt oder umgewollt. Irgendwie schon. Naja, aber da sind richtig viele Props. Darum sind richtig viele Props. Das ist nice, Ray und ne, wenn wir mal hoch sind. Prop Hunt. Ne, Prop Hunt ist ein anderer Spielmodus. Prop Hunt ist ein geiler Spielmodus. Wir haben schon mal Prop Hunt gespielt. Weißt du nicht mehr auf der Wim? Was? Prop Hunt? Ja, wir haben schon mal Prop Hunt gespielt. Weißt du mehr, TTT? Wir? Prop Hunt ist ein eigener Spielmodus. Ich weiß, dass es ein eigener Spielmodus ist. Aber wir haben das schon mal gespielt, während eine gewisse andere Dame gekämpft hat. Ach so! Ach so, ja. Da wieder mal eine geile Waffe. Guck mal genau. Wo ist der Fernseher? Was ich hab? Die WG. Das hier ist der Fernseher. Und bei uns, warte. Das hier. Guck mal kurz. Ey. Ich überlege. Ey. Ich überlege. Späße ist es. Ja, okay. Späße ist es. Ich wollte in den Fernseher. Bah! Komm runter! Geht ja nicht. Du hast gekaut. Vor allem, wie die mir richtig männlich schreien. Aaaaaah! Schön. Spätzi? Ja. Bist du Sonic Book Exe? Hätt's auch gegeben, übrigens. Ja. Warum hast du keinen einzigen Exe-Skin? Ich hab dir schon einen geschickt, den du machen sollst. Aber nein, das kriegt man nicht hin. Ja, ich hab ihn reingefügt. Aber es gibt, es gibt einen rot-schwarzen Sonic, ne? Ja, das ist, äh, keine Ahnung, wie der heißt. Wollen wir uns vielleicht mal in den Fernseher jetzt mal gehen? Scheiße, ne? Ich hab dir keinen Schauen gemacht. Wo kommen wir denn jetzt zum Fernseher? Es tut mir so leid. Kaufst du? Bitte jetzt nicht wieder... Entschuldigung. Ja, ja, ich war kurz auf Karten. Ja, mein Vater ist gerade reingekommen, sorry. Ach so. Ja, ja. Meine dritte Schwester auch von 8 Grad. So, wie kommen wir denn zum Fernseher? Wer kommt zum Fernseher? Nein, wie kommt man da jetzt hin? Da kommt man doch nicht rein. Warte, also du gehst zum Fernseher? Ja, wie komm ich denn da hin? Komm zum Rheon. Bist du noch beim Wandschrank? Ja. In den Wandschrank? Ja, folge mir. Wo kommt man da rein? Rayon? Ah. Hier. Ich zeig's dir, Rayon. Rayon, hier. Hä? Was? Ah cool. Ach so, ducken! Hi. Das hier ist ein Traitor-Tester. Ich geh gleich mal rein. Okay, gehen wir alle rein. Wer aktiviert ihn? Traitor. Ich weiß auch glaube ich selber aktivieren. Nee. Wo sieht man sie überhaupt? Ah shit! Mondmeier! Fumpleil! Fumpleil! Das ist jetzt kein Traitor. So viel kann ich sagen. Fumpleil! Das ist sogar die cutest Fumpleil gerade. Ah, ist wie aufgegangen. Der hat mich zu fressen gern. Ähm. Ähm. Threadmaker. Alles klar. What? What? Was bringt mir das scheiß Brot jetzt? Leben. Ja, aber ich hatte schon 100. Ich bin nicht zufrieden. Chris ist auch noch da. Ach, wirklich? Jetzt bin ich gespannt wie das wieder reinpasst. Irgendwie... Oh. Aktivier doch mal den Traitor-Tester. Ich geh schon in der Wand. Trader-Tester aktiviert. Ja. Oh. Oh. Oh, ist automatisch reingesogen. Schade. Oh, nein! Ach, bitte. Was? Nee. Ah, egal. Ich komme auch noch als Brot raus. Ja. Wollte mal testen, ob das kaputt geht. Zwei Brot! Hahaha! Großer Skin gibt zwei Brote! Ja, oder? Wenn man die zweite Leiche rein tut. Das kann es euch auch sein. Das halte ich nämlich für realistischer. Bin ich jetzt gerade? Jetzt bin ich komplett auf der anderen Seite. Ich bin auf dem Bett! Aber ich wusste echt nicht, dass man aus Ponies Brot machen kann. Hab ich doch gesagt, woher Ponies schmecken gut? Hast du das nicht auf mich gehört? Ich dachte aber, dass wir mehr Fleisch oder so. Ich geh wieder in den Fernseher. Und verschanzt mich dort. Ciao, Leute. Ah! Wer hat denn geschossen? Ich habe einen Schuss gehört. Ja, ich wurde angeschossen. Ich habe nur eine 50 KP. Das war, während ich reingeklettert bin. Von? Achso, du lebst ja noch. Spitz, sie fliegt! Okay. Passt du. Okay. Ich habe die Kroba gesehen! Aua! Das pinke Pony hat den Sonic runtergeworfen. Nein! Ich habe die Kroba gesehen und dann ist er runter gesegelt! Ja, aber du hast auf mich geschossen. Ja, ich darf auch auf die schießen, wenn ich dich beim Mord erwische. Leute! Das, was ihr am Fernseher seht, ist das, was im Fernseher passiert. Pony ballert auf mich! Pony ballert auf mich! Pony ballert auf mich! Leute! Was? Das, was ihr am Fernseher seht, das Bild am Fernseher, ist das, was im Raum drinnen passiert. Ich weiß! Ich weiß! Ich bin der Shooter King! 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 Warte! Ah! Siehst du das am Fernseher? Hä? Ich habe noch eine Idee! Eine Idee habe ich noch! Siehst du das am Fernseher? Guck, ob das geht! Ja, ging oben durch die Decke durch! Scheiße! Ich habe noch Kohle! Was? Achtung! Kommt noch einer, ne? Wie ich ankündige! Scheiße! Ich habe noch Kohle! Mann! Chris, kommst du mal raus? Nee! Bitte! Ich bin auch nett! Nein, 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 nein! Ich bin Traitor-Shopped! Okay, gut! Dann gehe ich wieder raus! Nett von dir, Chris! Ich gebe doch eine Traitor-Waffe, mit der du dich umbringen kannst! Ich komme nicht mehr rein! Ah! Jetzt bin ich wieder in der Spalte drin! Was ist denn was hier? Uh! Ich gucke gerade mal einen Traitor-Shopped! Nö, wir haben einen Scheid! Nö, Chris? Ja, ja! Also ich kann dir sagen, wo du den Zug hinschiehst! Hey! Wix-Kopf! Ich schieße mit Shotgun auf 20.000 Kilometer Entfernung, Rayon! Das kann durch die... Alter! Was war das jetzt? Wenn du noch mal Thomas hast, schieß zwischen die beiden... Oho! Gut gemacht! Aber wie sahst du ihn runtergeschlagen? Nervin! Das Pinke Pony hat später runtergeschlagen! Das habe ich doch gesehen! Das war... Das lustig ist, ich verdächtige die ganze Zeit Leute! Und als ich dann das Pinke Pony weggeschossen habe, habe ich erst gemerkt, der war kein Traitor! Guck ich runter! Ich bin Traitor! Ach, Scheiße! Das war lustig gerade! Ich bin Profi! Achso, das ist eine Waffe zu mir gar nicht! Oh! Ich bin gerade im Preparing! Mein leicht glitz ich wieder im Boden! Nice! Hört ihr das? Aua! Was bringt die Fernbedienung? Glitscht einfach so! Richtig schön! Was bringt die Fernbedienung? Man sollte aufpassen, wenn man nur mit... Crouchen irgendwo durchkommt, dann stirbt man, wenn man es ohne probiert! Wahrscheinlich! Ja, bin ich gerade! Ich bin hier gerade gestorben! Hier! Da, wo ich stehe in der Falle! Wer hat nur jetzt den Fernseher ausgeschalten? Neben dem Fernseher... Ach, das macht die Fernbedienung? Ach, das macht die Fernbedienung? Ne, den Fernseher ausschalten, das macht die Traitor-Falle! Das macht der Traitor, ja! Entschuldigung! Oh Gott! Geh den Schublade hier! Geh den Schublade hier! Geh den Schublade hier! Geh den Schalter! Also ich glaube, hier Speezy ist es! Wieso? Weil Speezy der Sachen verschieben kann! Der hat ja gerade was auf und zugemacht in der Ecke! Ahm... Das kann ich nicht! Doch, das sind zwei Knöpfe! Oh, geht dir doch noch! Ne, ich kann dich nicht drücken! Du hast aber gerade was gekuckt! Hä? Okay! Links ist auf, rechts ist zu! Ah! Bitte, ich habe mich verirrt! Alles klar, Rian! Ich bin unter dem Bett, glaube ich! Hier ist ne Mäusefalle! Ach so, geht hier! Und auf dem Käse von der Mäusefalle liegt ne Waffe! Ich glitsche hier gerade irgendwie... Leute! Leute! Was denn? Hier ist ne Mäusefalle! Und auf dem Käse von der Mäusefalle liegt eine Waffe! Noch nicht gemerkt! Ist das ne geile Waffe? Auf dem ich in dem Traitor-Tester habe erlobt! Lohnt sich das? So, hier! Geh mal mit dem Traitor-Tester! Verkackt! Haha! Ich ausgelöst! Scheiße! Ah! Huh! Huh! Die macht das mehrmals! Alter, was ist das für ne intelligente... Falle! Hä? Huh! Ich bin hier drüben gerade in die... Hä? Okay! Ah! Scheiße! Geh mal grün! Ich geh rein! Okay! Ich schieße auf Flaschen! The Golden-Käse! Holt euch nicht den Käse! Was? Hä? Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Warum gehst du rein, wie du Traitor bist? Ich hatte den Dead Ringer an! Du hast nachher noch auf meine Leiche geschossen, oder? Kann sein, ja. Ja, weil ich lag nämlich schon tot da und war dann unsichtbar. Das macht nämlich der Dead Ringer. Und du hast noch auf meine Leiche geschossen und mich deswegen getroffen, als ich unsichtbar war. Ja, das Spiel war doch nicht zu Ende. Das hat mich gewundert. Ihr seid so intelligent. Ich wollte gerade so machen auf, hä, der Traitor-Tester funktioniert nicht, geht 50% falsch oder so. Oh Gott. Weil bei der Leiche wäre jetzt gestanden, dass ich innocent bin. Alter, das hätte so schön geklappt. Aber wie gesagt, passt bei dem Bild links von dem Fernseher auf. Wieso kann ich nicht? Wenn man da nicht durchcroucht, sondern durchgeht versucht, dann stirbt man. Ehrlich? Bei dem Bild links vom Fernseher? Also quasi, wenn du im Fernseher bist, links vom Fernseher. Ah, ja, weil das ein Prop ist. Das ist, weil das ein Prop ist, da glitschst du wenn dann. Okay. Auf jeden Fall, ich bin dadurch gestorben. Ich versuche hier gerade irgendwie, das zu zerstören, weil Props kann man im Normalfall auch immer zerstören. Oder mit einem Discombulator verschieben. Auf dieser Seite bin ich jetzt größtenteils nur durch Falschwaren gestorben. Okay, das Bild fällt tatsächlich um. Wirklich? Kommt man denn nachher raus wieder aus dem Fernseher? Ja, wie du reingekommen bist. Aber Vorsicht, da fällt man, wenn man zu weit geht. Hi. Okay, ich mach's langsam. Rayon, Rayon, du musst springen dabei. Geht nicht. So, so wie ich. Hoppla. Ich bin aber klein. Ja, die anderen sind auch rausgekommen. Die sind auch klein. Genau so, Rayon, genau so. Und nicht anders. We're the better shit! Ciao, Rayon. Wow, alles knapp. Alter, du stehst nur noch mit einer Foto auf dem... Ich bin da richtig krass, ne? Was war das? Finde ich interessant. Das war die Cut, ja. Das ist eine Leiche. Was? Bici hat eine Leiche. Ja. Das sind diese Actions. Wow! Ach so. Das, was man da am Fernseher sieht, ist das aus der letzten Runde. Weil hier ist da... Sieh dir das da oben an, Rayon. Was denn? Da ist der Fernseher noch ausgeschalten. Wie in der letzten Runde. Hm? Das ist natürlich doof, ne? Sieh mir da vielleicht, was das ist. Wir können den Traitor-Tester machen. Ich geh rein. Hey, was ist das denn hier? Oh, hier kommt man rein. Das ist dein Leben. Das kann doch sein, dass jemand den Fernseher ausgeschaltet hat. Ne, wir waren doch grad drin. Ja, von innen kann man den Fernseher ausschalten als Traitor. Das heißt, einer von euch beiden ist der Traitor. Ne, ich bin kein Traitor. Ich tu nur so. Dann ist der andere. Tötet euch mal. Ne, ich geh nicht noch mal rein, wenn ich weiß, dass der Traitor ist. Ah, Spezi, hi! Was machst du da? Hast du einen Freund gefunden? Dann sind Spezi und ich innocent und einer von euch beiden ist Traitor. Traitor. Spezi, du bist wundet. Ich bin in ne Mausefalle getappt. Du bist wundet? Ja, ich bin in ne Mausefalle getappt. Hast du die Waffe bekommen? Ich hab's nicht hingekommen. Was, für ne Waffe? Da lag doch ne Waffe auf den Käse. So. Hast du das nicht gesehen? Komm, ich hab keine Ahnung, was ich aufgenommen hab. Nein! Aua! Was hast du gemacht? Ich hab ne Kamera. Er wollte in den Lüftungsschacht rauf gehen und ist dann runtergefallen. Schön. Und übrigens, der Fernseher war an. Erste Korrektur der Fernseher war an. Sieht man auch, da ist ein Bild am Fernseher. Nein, ich hab nicht reingeguckt. Man kann ihn nur von außen ausschalten. Jaaaa! Nein, ich konnte ihn von innen ausschalten. Ich konnte ihn von innen nicht ausschalten. Ich konnte ihn von innen nicht ausschalten. Ich konnte ihn von innen nicht ausschalten. Ich konnte ihn nur von außen ausschalten. Okay. Das ist hinten beim Kabel nämlich. Das ist da die Traitorfalle. Chris, ich war Traitor. Ich weiß, dass das ging. Was? Ich war auch Traitor und bei mir ging's nicht. Ja, du bist auch kein guter Traitor. Vielleicht lag's aber auch daran, dass ich davor schon von außen gemacht hatte. Ernsthaft? Was war jetzt? Ich bin im Preparing rumgeflogen, ne? Dann bin ich gerespawnt und bin in der Luft gerespawnt, wo ich war. Und da bin ich als Traitor runtergefallen. Was? Was war das denn für ein Fail? Normalerweise sporkt man doch irgendwo anders und nicht dort, wo man vorher war, oder? Im Preparing. Ich kenn da nur MC Island kenn ich. Ich glaub Minecraft. Nicht schon wieder Minecraft. Wir hatten schon genug Minecraft heute. Airship kenn ich. Ja. Wir hatten genug Minecraft heute. Mass Colony Dolls, das Original. Das ist cool. Bei Temper. Jaaaa! Ey, die waren keine Blöcke. Ich hab heute schon genug Blöcke gesehen.